...Range, mal schauen, wofür Newton geht, jo, der will den Touchdown und was, ein Catch von Greg Olsen, einarmig, einkassiert, herrlich. Was für ein Vertrauen, blindes Vertrauen in seinen Tiedern, die sind das Traumduo da in Carolina, aber wo er den Ball hinwirft und was für ein Catch, also unglaublich. Also hätte mir das einer vorher gesagt, das ist mit noch sechs Minuten zu spielen, 30 Nolstelliger, niemals. Und da sieht man es, vor allem gegen wen er spielt, gegen Jeremy Lane, das ist ein Cornerback. Aber war doch nicht, ich habe das falsch gesehen, ich dachte es wäre ein One-Handed-Catch, aber die Hand auf beide Hände, das sah irgendwie für mich nach einem Arm aus, aber... Aber das, also da hat er einen Cornerback nach innen und von außen Linebacker und bringt das trotzdem in dieses winzig kleine Fenster. Also das zeigt schon, dass sie defensiv wirklich Respekt vor Greg Olsen haben und lieber Lane gegen ihn haben als Camp Chancellor. Und da hat er auch immer so gut gemacht, das ist nicht gut gemacht. Ja, aber das ist einfach nicht so. 술 nicht mehr so. Ich bin sicher, dass da ist noch eine Art und Weise. Ich bin sicher, dass du jeden Tag auf jeden Fall verraten.